So geil! So geil! Und der Pin! Schauen wir mal das! Der Sau! Das gibt's denn! Schwabe! So, kalt dann! Das stimmt eigentlich schon! Man kann drücken, oder? Da sind ja alle beiden geschaut! Ich will nicht den fetten Sack! Ich kann ihn nicht nehmen! Ich kann ihn nicht nehmen! Ich kann ihn nicht nehmen! Ich bin nicht auf der Augen! Ich bin nicht auf der Augen! Ich bin nicht auf der Augen! Was ist der Beuch? Doch, doch! Ist das echt? Ja, ja. Ah! Ach, der schmeckt! Schmeckt! Ein echtes Unechter! Ja, das ist ein Unechter! Das ist der, der schmiert! Die Schlinge, ich hab' gefüllt! Ja, aber irgendwo! Wir... Du blöde Wichser da! Wir schlagen ihn halt an! Wir schlagen ihn halt an! Wir schlagen ihn halt an, wenn er die ganze Zeit wegkommt! Ich mach's doch mit Wissen an! Halt! Ja! Wir stehen nicht ab, bevor... ...schüss die Gäste! ...schüss... ...schüss! ...schüss... ...schüss welche? Das war es einfach... ...ich... ...ich es ist der Fall der Fall! 2 3 4 5 4 5 5 5 6 5 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 6 7 9 9 5 5 5 5 6 6 7 9 9 10 10 9 10 10 10 10 10 11 12 12 11 11 12 12 12 12 13 15 12 12 12 12 12 14 15 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 Boah, Sekunden, oder? Das ist aber Timing. Ich denke da auch deine Punkte. 100 Zahlenpunkte. Das haben wir auch noch mitgeschafft, oder? Ja, stimmt. Wir haben schon alle möglichen Zeiten. Nein, weil jetzt haben wir es ja auch versucht, dass wir es im Nachhinein wirklich machen. Das ist mit den 30 Sekunden oder so. In den ersten, äh... Sagen wir mal in... Unter 2 Minuten. 30 Sekunden. In den zweiten, äh, unter 30 Sekunden. Also in den ersten Gang schon. Nein, ich meine, das ist mit den 30 Sekunden, dass wir immer noch das. Mal schauen, was das mögliche Stück hätte ich machen. Einmal gut, eigentlich nicht. Ja, das ist ein Haar. Das ist ein Haar. Das ist ein Haar. Das ist eine Sau. Dann müssen wir mal weiter. Wir haben einen Film so viel. Mal schauen. Ich hab's ja mal noch den Löse aufgenommen. Ja. Ich hab's ja noch die Tiere aufgenommen. Vielleicht gibt's ja mehr Welt. Ja. Ich hab's ja mal wieder. Ich hab's ja mal noch mit den Löse aufgenommen. Ja, das ist einミal. Ich hab's ja mal während der Löse aufgenommen. Oh nein, ich darf ihn ja nicht mehr laufen. Aber du bist natürlich. Ja, nein, ich erwischt mich nicht mehr. Halt, du bist irgendwo weg. Du darfst aber auch schon einen richtigen Moment weg. Jetzt sind wir weg. Ja, du darfst ja nein. Was? Du darfst jetzt irgendwo weg. Nup. Nup, nup. Nup. Hallo. Nein, lieber kein Ohm. Kein Ohm geht nicht mehr. Ja, mein Eddie Bill mich. Das warst du mit deinen fucking 30 Sekunden. Ja. So kannst du das Obst. Du musst mal einen anderen nehmen. Soll ich ihn schon mal nehmen? Ich komm keinen nehmen. Hä? Nein. 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 Wenn ich einen aus darf. Ja, auch du aus. Nimm gerade. Das ist ein Acker. Äh, Acker überhaupt nichts. So. Du bist so. Hehehe. Äh, nein, der ist so. Hehehe. Einen Tasten du bist. Einen Tasten. Ich freue ihn, wenn er das macht. Weißt du, ich muss uns den Händen voll vertrauen, dass du das... So, wie kann man sie so machen? Ja, aber so nimmst du ja gar nicht. So gibst du ja dann nur ein paar Spiele mehr. Hehehe, sie kackst du direkt. Hörst du aber zumal, dann machst du bloß eine Scheiße. Du gehörst doch noch. Ja, und gleich, dass du nicht gehörst. Geil. Hehehe, das ist ja geil. Hehehe, okay. Das ist zum Glückst du mal voll im Arsch, oder? Hehehe, du bist nicht. Du bist nicht. Ja, ich stell ja hart. Cool! Gut, ja, ich bin nicht. Das ist gar nicht. Du schaffst noch. Das schaff ich nicht mehr. Ja, aber schon der Typ auf. Dreimal so eine fucking Smashing mit mir. Schau halt dann raus. Ah, und der Schmerz. Ja, ich hab den nicht. Das ist ja... Ah, ich hab doch was. Jaaaa! Jawoll! Hehehe. Scheiße. Jetzt hast du auch nix mehr. Ja, für dich aber auch. Kann verzeih. Ja, ich hab auch. Das ist okay, bei dir. Ja, wach, wach, wach! Und das... Das war auch nix mehr, oder? Nee! Das war nicht so, sass. Ja, der Computer! Werte. I'm too sexy to be beaten. Ich will jetzt n... Ich will jetzt wieder ein Schloch. Ob's der so macht oder so... ist so wichtig man geht doch nicht so schäfer ich finde es schlecht vom Rügel oder geil vom Raster das seh Motivär Joooooo das ist so geiler Sound Ah, noch weiter, noch weiter! Ja, aber weiter! Wie hast du mit dem Schloss so weit weg? Oh, jetzt ist es bald wieder so weit. Ey, willst du ja dumme, die Gegner weghalten da ist, ey! Scheiße! Hier kommt der aus mir! Aber noch mal! Okay, okay! So geil! Ich weiß nicht, was das ist! Haha! Ja! Ey, so machen sie tief! Machen sie heiß! Heiß und fettig! Ja! Warte mal! Warte mal, lass mich mal den Haken umhauen! Warte, warte! Warte mal! Ich will den Sprung haben! Geht aus, den Ulti haben! Äh... Hier! Ja! Du bist echt so ein Nub! Das ist Wahnsinn! Und nicht! Ah! Achso, Moment! Das war ich trotzdem nicht! Aber da war gar nicht! Aber jetzt kommt der Pin! Nein! Nein! Das ist echt wahnsinnig genug! Äh, Zeit! Oh! Oh, Zeit! Find's so geil, dass ich da immer noch immer komme, und der mich auf das erste Mal hab, wo die Druckwelle bleibt! Wirklich! Ich meine Leute! Dann kannst du bloß auch den Titel mitnehmen! Sozusagen! Das ist wirklich so scheiße! Warte mal, jetzt gucken wir! Jetzt nehmen wir es mal ausläufen! Juh, die geile Animation! Na, drück einmal! A, B, B, A, Druck! Alles aus der Stadt! Jetzt kommt! Ok! Warte mal, da! B Cuci! Bucci! AhChe! Also mal auf die Pтак! Dann zeigt ihr uns einmal, was ihr für liebt seid's! Die Sansen! Ja? Da war der Falsche mit dabei! Ja, das ist mal wirklich! Der weiß schon, dass hinter dich irgendwann nicht ist! Nee, hat der Sansen mit dir gestockt! Ja, ist doch lustig! Ah, scheiße, ich hab mal gesehen. Das ist nicht, oder? Der darf halt die Erde verteidigen. Ja. Ja. Paul Dix. Ja, ist auch da. Ja. Du sagst, wer mit der André hat's? Ja, der Rix. Du sagst, wer mit der D-Dingsbus hat's? Oder der Marty Anzenei? Ja, da ist er da! Achja, jetzt geht mir einfach alles zu schön, nicht? Ja, als Punkt für dich. Ja. Oh, das ist auch nicht. Oder zwölf. Da hat er... Ach, da ist ja, da hat der X noch dabei. Ich will schon sagen, ich hab das B. B25. Ich will ja halt auch, wo man es sei. Das ist einfach nicht so. Ich glaub, dann werden wir offline springen. Ja, schieß! Geh in Deckung. Du musst jetzt. Geh in den Aufzug auf. Alle haben einen Aufzug. Aufzug unten. Oh, nein. Nein, nein, nein. Das ist deprimiert. Das ist die verdammte Scheiße. Hast du... Hast du... Hast du uncool zu tun? Ja, wir waren schon mal. Das ist weg. Du darfst immer wieder absen, sorry. Das war einfach lustig. Du wolltest einfach tun. Das ist weg. Nein, das ist weg. Das ist weg. Das ist weg. Das ist weg. Ich hab einen Sniper automatisch, oder? Ah, das ist mir nichts wurscht. Ich hab bloß mir mit dir angeschossen und dachte, das ist scheiße. Ja, das macht ja viel Unterschied. Ich hab nicht verhandelt ja alle Sniper hier, weißt du schon? Scheiße! Das macht ja viel Unterschied, was ist denn genau so? Ja, schon. Ja, rechts, rechts, rechts! Nein. Doch. Ja, jetzt nicht mehr. Keine Position, aber es ist ja nix. Ja! Ja, schnäß! Ich hab aber nicht mehr, dass die Eripe nicht kippt. Dann müssen wir uns nicht reißen. 46, die Eripe nicht zu kippt. Ja, ja, Halt, woher? Das ist in der Arm und Dump, ey, ist das geil. Ich komm mal eigentlich und bin schon am Flicker. Ja, das ist ja... Fakt, da ist ein 25. Ja, töte ihn! Ja! Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Sorry doch, wir wollen wieder eh schon wieder umeinander. Ja. Hast du gesehen? Ist die Müller da oder so? Nein. Boah! Ja, knapp. War ein Bein da gewesen. Da ist der Stammt auch. Kann ich mitspielen, oder? Kannst du tun? Müller aber da mit Masse gehen, oder? Müller aber da mit Masse gehen. Wieso willst du da mit Masse gehen? Gehen wir gehen hin, irgendwelche zum Essen. Dann kommen wir halt noch zum Hecht. Ja, Müller, wie kommen wir zum Müller? Oder... Nein, ich hab mir zu viel Geld dabei. Fangen wir zu. Dann fangen wir zu, bitte erst. Nur mal, wenn du nicht mehr irgendjemand was leihen. Nein, ich hab ein 20er dabei. Fangen wir zu, bitte erst. Du hast gesagt, der... Null Sonsen, steck einen Tag an! Bevor er's uns rausgekriegt. Ah, ah! Und Sonsen, Maas! Da ist er! Ja, jetzt halt. Und, äh... Das sagt er so gut? Wer? Der neue Pizzerie, oder? Was für neue Pizzerie? Ja, das könnten wir eigentlich machen. Mach bloß. Mach bloß, die neue Pizzerie? Da war der Da Vinci drüber. Hast du gesagt, du hast eine gute Pizzerie? Nein, da war ich noch nie drin. Ja, jetzt machen wir... Behauptest du das noch? Vielleicht weißt du es gar nicht. Nein, ich pizzerie, mach das... Ein Da Vinci! Da ist doch jetzt ein neuer Bäcker drauf. Ah! Und das hab ich nicht gehabt. Du bist ein Bäcker. Ja, da war's schon anders. Ja, da war's schon anders. Da war jetzt wirklich wer anders. Ja, da... Der Ding ist er nimmer. Unser Freund. Nicht? Nein, der ist jetzt ein anderer. Okay! Der hat doch so geil den Empoli gemacht. Ohne... Ja, wir sagen jetzt... Ja, vielleicht sollte man eh schon haben. Ah, Sniper auf der Tür. Das wird penetrant. Ist die Schuhe? Ich will nicht über keinen Schuhe. Die 7 ist wieder sterben. Ist die Schuhe, der will es nicht. Die können sich einfach anders positionieren. Wir können uns eigentlich immer irgendwo hinstellen, wo keiner ist. Ich glaube, die Verlängerungskabeln hier besser. Haben sie nicht bedeckt hinter dir? Die 7 ist vorne, aber die Schuhe ist dahin. Die 7 macht's fertig. Toll, ich hab jetzt auch einen Rückmachung. Kann ich der Aktion unspielen lassen, momentan? Was? Wo krieg ich eigentlich noch mal einen anderen? Ich bin Luke Sensitive. Ah, nein, nein, nein. Nach links und rechts, oder? Überhaupt. Alles. Alle 4. Aber was hast du denn du? 5, oder? 6, glaube ich. Ich mach's auf 5, oder? So. 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 Möste, ey, ich blende, was zu mir ist. Kann man schon auf Kopfweh aufhalten, gell? Haltkreizen. Das ist klar. Oh, da ist einer. Das ist raus. Äh, hallo? Ja, aber jetzt doch bei mir war der, weil ich es ein bisschen abbeißen darf. Das ist irgendwie einer. Keine Ahnung, wo. Es gibt ja nicht, es gibt auch viel Dich, jetzt gibt es einen, der, der, der Dreck auch einfach für diese Brüche. Der Hams auch einfach, des Güts. Ja, der Hamms, des Güts nicht, der nicht immer Blöten. Na, der eigentlich blönt. Ich hab jetzt einfach der Hocker und dann camp ein bisschen und ziehen oder was. Wo ist er denn? Ja, wo ist er? Wegputzt, oder? Erst zum Rollen. Kommt einer, Achtung! Oh, links, rechts, links, 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 links. Wo ist er? Ist gut. Sieht bloß irgendwelchen Kleinklern auf dich. Ja. Ja, da geht's gar nicht. Ja, da geht's gar nicht. Ich hole das Bäschchen. Ich hole das Bäschchen. Ich hole das Bäschchen. Der Kühlschmeier war halt anders. Ich find's schon gut. Guck an, Achtung. Und noch Gas. Ja. Ich hole das Bäschchen. Ja. Ja. Nein, hier zu mir. Ja. Brauch einen Hüter noch, dann wär er weg gewesen. Der hat ja nix mehr, scheiß. Wegluft hat er doch nicht. Ja, oh. Das war der Hüter noch. Ja. Schau mal, wir snappen, dass er drückt hat. Ah, bei dir. Unten. Tot, oder? Ja. Da kommt wieder einer links. Achtung. Okay, ist tot. Okay, ist tot. Okay, ist aber wieder bei dir. Die meisten sind ja stark. Starker, Maa. Davon kommt einer. Was noch denn? Wir sind hier drinnen. Stirb. Der darf sich einfach rumgemacht. Nee, du, oder? Ich schaff's euch einfach nicht. Ich bin mir aber den Eindruck, dass es weniger rumbleibt. Nein. Oder die ist ja falsch. Ruckling. Ja. Ruckling kann man nicht reden. Überhaupt nicht. Oder wenn es mehr dran ist. Aber was ist das dann, wenn es nicht X plus Live ist? X plus Connect. Also das Leggen, das... Das ist jetzt sozusagen... Eigentlich auch nicht. Wir spielen sozusagen im Laden. Und das funktioniert? Ja. Das geht besser, ja. Aber wir haben zwei Leggen denn. Ja, eigentlich... Irgendwie geht's schon besser. Ja, aber mit dem Programm geht das. Ja, ich hab ja schon gemerkt, der hat toll dabei, ich bin ein Wüftchen, weil nicht reißig ist, dann ein Siegleitrexon. Ich glaub, das ist schon der Mahlzeit, der Spieler liegt. Und das ist halt auch. Ja, Mann, das ist auch ein Heddoer. Ja, ich hab ja schon gemerkt, der hat toll dabei, ich bin ein Wüftchen, dann ein Siegleitrexon. Ja. Jetzt macht er mal, wie ein bisschen besser. Ja, ich mach doch eh schon kurz. Ja. Ich fülle Freaks. 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 Ich muss noch eine Mehrrätegegner Freaks bringen. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das steht direkt im Hintergrund. Hallo. Hei du. Wo bleibst du? Ich fülle Freaks. Kalt. Dann hören wir uns gleich. Wow, fuck. Wo ein No-Scope hei du? Wahnsinn. Aber das Schlimmste ist einfach Hello-Eins auch speziell gespielt. Äh, im Internet. Ja, das, äh, da könnt's noch mal mal schauen, bei Entspruchs direkt, da geht's ja auch her. Mann, das ist... Was die für, was die für Pings haben. Das ist Wahnsinn. Das leckt bloß noch. Ja, das ist ja grundsätzlich, wie ein Pings zu machen. Ja, da hab ich mir so. Ah, fuck, ey. Es ist einfach bloß noch leckt. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Ich fülle. Ich will's halt, wahn, 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 wahn. Boah, ha, ha, ha. Ja, war der Sesslinger. Ja, sag mal. Ey, der, der hat das Spankhörer handelt. Sie machen nichts anderes als das Spankhörer. Boah, da hat er mich gestockt, so richtig gedreckt oder das. Ja. Boah, ich bin schon am ultimativen Anzei dran. Und was haben wir das Nerf fühlt? Nein, was ist der Nerf? Nein, nein. Boah. Ich glaube jetzt, ich habe es verschlossenen Kult, da haben wir auch gar nichts geschenkt. Wo ist der Arzt denn hin? Das gibt's ja nicht. Das sieht man einfach, wenn's rot wird dann nicht. Man hat wirklich Müll aufgedacht. Wo ist einmal hin? Ah, wo ist der Arzt denn? Das ist der Kultein geworden. Weil da kann man mit Handicap spielen und das finde ich gemach. Weil wenn jemand weiß, dass gut ist, dann hat er wieder weg. Ja, schon. Aber was zu sagen, der Handicap ist einfach so, das hat sich gesprungen. Ah, da war's laut. Ja, ich hab noch geschafft's. Wo ist er denn einfach da? Aber das sieht doch trotzdem aus. Ich hab nur den Auftrag noch selbst. Ah, da kommt nur einer rein. Aber ich kann ganz bisschen, dass ich sagen kann. Irgendwie heute noch ein Bett ist. was kann's zuschissen? Ja. Bei einem Kind. Ich bin zweiter vom Schiff. Ja, da spielt ja jeder so... Ich weiß, wie das hier nicht mehr vorkommen hat. Da spielt ja jeder so, dass er mir am meisten Spaß macht. Und am meisten Spaß macht's in der Regel ohne Handicap. Ja, klar. Wo Leute gegnern sich in die Bärschen kommen. So, Sonsen, mal schauen, ob du erkennen kannst, wer von den Leuten eine gemaltete Xbox hat. Wie viel Zeit war? HALT! Wie hast du das denn gesehen? Sonsen, in weiterer Worte von uns Top Connect. Jeder kann mit Held das Spiel verpassen. Willst du uns? Schüppel-X-Forten, das lässt so gehen. Weißt du, was du geschrieben hast? Ich finde einfach, der Leiter drin, der finde ich so... Komisch war ich. Die mit denen ich gestern gespielt habe, der war so geil drauf. Sind die überhaupt auch nicht? Weißt du nicht, ob das Deutsche geworden oder so? Ja, stimmt, du hast ja einen anderen Nick. Aber das ist nicht der größte Teil. Ja. Das gibt's ja nicht! Ja, geil! Hat das gewählt? Das geht ziemlich schnell. Nein, ich hab' das O-Kotz. O-Kotz nicht. Was? Wie macht denn das Kaffee da? Ja, okay. Ich hab' den Weg jetzt ab. Hast du denn das? Einfach BUM! Ich find' das bloß mal lustig. Ja, mit der Zeit... Ich bin einfach mal voll schön zu Fan. Aber das ist, glaube ich, auch ein schöner Tod. Ich denk's dir eigentlich nicht schlimm, und dann... Kommt noch einer bei der Bettina. Macht Fizz! Du kriegst das immer noch nicht mit, und bist schon tot eigentlich. Ich komm' selber auf Nasch. Was ist das Neuverlager? Eigentlich nicht. Aber das ist noch das Neuverlager, das ist bloß ein paar Touren. Da oben ist der Kot. Fuck! Wo, ganz oben, oder... Nein, der ist... Realistisch schon? Bei uns im Gebäude ist da praktisch auch so eine Säule irgendwo drin. Was war der unrealistisch weiter oben, oder realistisch? Nein, irgendwie realistisch. Realistisch? War halt der mit der Gemoderten jetzt Bock. Ja, ich hab' schon... Normale Leute gesehen, die es so halt einfach geschafft haben. Insofern... Ja, dann macht's wieder Fizz! Warum kommt einer? Ja, schieß! Hey, Durst! Geht's ja nimmer! Das ist auch... Er hat sowas... Das macht bloß aggressiv. Das macht bloß aggressiv. Das macht bloß aggressiv. Das grüß ich jetzt auch, ey.